Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Fortnite. Ich steig jetzt aus. Ich will das jetzt mal wissen, wie das davor... Was, jetzt? Ja, ich will wissen, wie das davor zugeht. Ich will das wissen. Okay. Du kannst eh aussteigen, wo du bist. Ja, wie? Na, ich bin eh schon ausgestiegen. Und nun will ich gleich reprieren. Ich will nicht sagen. Ich will nicht. Ich will nicht. Hallo. Hallo. Hm. Interessant. Was? Äh, bis jetzt sind da keine, keine Mitspieler. Ich gehe mit der anderen raus. Oh, da ist gar nichts drin. Und leg. Ja, ja, ja. Du bist da ganz hinten? Ja. Was? Ich renne ja schon da höher. Also, ich muss eh weit zurück, mein Gott, noch binne trocken. Ich muss immer das Stück zum Gras. zum kreis mit viel bombs dahinter ich habe zwar bist du in mp ist leider schrottflinte taktischer okay bis das nix das ist ein null ich habe keine ahnung was das was du die ganze zeit aufhubst es ist mir jetzt momentan ziemlich egal weil ich krieg die ganze zeit auf irgendwelche benachrichtigungen wo springst du jetzt schon viel spaß das problem ist das haben schon wieder so viele keine ahnung was mein ton hast du mir nicht einbezogen es ist gestanden dass du mein ton nicht mit einbeziehst das ist ein problem das schlimme ist ja bei dem spiel wieder dass du diese diese in-game käufe aus diese in-app käufe das ist so unerträglich das sind ja 50.000 du hörst das ist doch wieder jeder eben mua Bist du da? Das sind ja 50.000, du hörst. Was ist da? Da wird ja jeder geben. Mua! Bist du da? Mhm. Da rennt wer. Ich weiß, rechts. Einer. Zwei. Zwei sind's. Zwei. Drei. Der kommt von hinten raus. Ja, ist nicht gut. So eins. Vor mir. Da steht einer vor dir. Was? Sehr gut. Hehehe. Redekitt. Das Schauchbrett meinte du. Ich weiß nicht, was du mit Schauchbrett meinst. Also das ist eine Falle. Ich weiß nicht, was du mit Schauchbrett meinst. Ich weiß nicht, was das da ist. Das ist eine Falle. Was ist ein Falle? Was ist das? Du, pass auf! Ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Na! 100. Ja. Das kann heute werden. Ja, warum nicht? Ich kann heute mal hingehen. Das kann man alles schön zuschauen, wie es alle hinterher springen. Ja, ja. Ich bin ganz vorne am Spitzhaus. Das kann man auf der Insel landen. Nein. Jetzt springe ich. Das war's für heute. Na geh scheiße, wo ich grad, wo ich grad reingehen wollte, landet du daran. Ich hab eine goldene Waffen gefunden. Eine legendäre. Juhu. Geh da nicht hin, das Kreuhaus. Das Kreu, Kreu. Jawoll. Heure Schützer. Also du bist immer anders. Oder? Ja. Ja, super! Klass, ich lieg. Ja, und jetzt bin ich hier. Ja. Süß. Das war gar nichts. A Schaß war's. Nein. Also ich kann mich momentan nicht beschweren. Ich hab eine legendäre Waffe, das ist wichtig. Von der Optik her schaut's aus wie ein K. Daher. Aha. Aber ich schmeiß das wüsste. Nein. Siehst du, mein Kuh denn die Waffen? Cool, 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 cool. Nicht an der Kuh denn die Waffen. Nein. Fünf. Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ich bräuchte einen Drank? Was blau ist? ein sniper endlich ich glaub's nicht das ist ein großer ich hoffe ich will meine waffen ausprobieren 53 53 mitspieler anna 50 ok er passt in den mittelkreis das ist schon okay 50 wenn er jetzt 43 leider leider aber es ist gut es sind dann weniger spieler weniger spieler sind immer gut so amatau holz es ist es ist es ist es es Da kannst du richtig hinein, zu machen. Aber momentan hab ich noch nicht wirklich Gegner gseh'n. Hm? Was? Ah, ich glaub die Bewegung gseh'n. Das war das ein Gras. Ja, ein Gras. Auch der Dresk? Ja. Mal schauen, ob ich zu meinem Team-Buddy hinkomme. Ja. Mhm. 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 Wo hast du dich gesehen? Mein Body? Ich glaub nicht, dass du dich findest. Äh, ich seh' mein Body seinen Namen. Also wird er da irgendwo da vorne sein. Hm? Hm? Schau, da war eigentlich ziemlich ruhig aus. Aber da musst du aufpassen, wenn du die Hälfte sprichst. Das sind perfekte Sniper-Positionen. Hm. Da hat einer was gebaut. Ja, ja. Aber das war vorher schon da. Hm. 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 Ich hab' nur einen One-Shot. Ja. Ich hab' immer weniger noch. Und im Endeffekt kommst du dann zum Stand-Off. Das ist wie bei, äh, Player-Announce-Battleground. Schüsse. Ja. Relativ nahe. Ja, ja. Aber wo? Hey, Body. Komm zu mir. Ist alles rosa. Hey, Body. Da! Body! Reunion! Reunion! Hey, Body. Schüsse. Ja, genau. Beschuss. Was sagst du jetzt? Schwerer Beschuss. Versteck dich da hoch. Ah. Nochmal Beschuss von anderen Seiten. Schüsse. Das Problem ist, ich habe ihn noch nicht gespottet. Ich weiß nicht, wo er ist. Mein Körper ist auch da. Super. Ja. Nein, es ist doch nicht zu glauben. Von hinten oder zu wie feig muss er sein. Und darauf habe ich auch nichts. Das ist ja auch nicht normal. Verdammt. Was hast du denn da? Da ist ein Interburger. Ist das... Ist das ein Tomaten? Oder ist das ein Ding? Tomato Town. Das ist ein Kürbis, oder? Nein, das ist ein Tomaten. Kürbis oder Tomaten? Angriff der Killer Tomaten. Hahahaha, echt jetzt bist du Deppert, oder? Nimm das. Das ist ein Schild. Nimm das. Ja, ist auf sie. Warte mal. Ich komm klar. Ich komm klar. Bist du Deppert, das ist eine... Eine Killer Tomate. Ich würde sagen, in das Tomatogeschäft am ersten Stock rauf. Und sie da oben verschanzen, ist auch gut wie es geht. Ja. Wichtig jetzt? Ja. Weil jetzt schon langsam wird es eng. Du, 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 äh, da kommt ja. Oh wow. Ja, das weiß ich nicht von links, glaub ich. Ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen. Von der Brot aus. Oh, Sniper. Du, da kommt bei einer. Ich lieg. Pass mich noch auf, hör. Geh in Deckung. Es ist schlecht. Fuck. Team.